So, gucken wir mal, wer denn noch so angerufen hat. Servus, Oliike hier. Guten Abend. Also, nee, warte, nochmal bitte richtig anrufen. Guten Abend, hey Oliike, wie geht's Ihnen? Bis gleich. Ich lasse mich doch nicht so behandeln, ja? Die Leute müssen ein bisschen mal Respekt haben vor mir. Und, nochmal, in Englisch, please. Hello, good evening, Herr Oliike. Gut, das geht ja halt. Er scheint nicht, ne? Hallo, Oliike hier. Hallo, am I speaking with the senior Oliike? Yes, yes, Oliike hier, how can I help you? I wanted to know if you are interested in being a bloody wenker. Bloody wenker, how are you? How are you, sir? No, I don't know, I don't really know what you mean, man. Ah, shut your f***ing mouth, you little cunt. You f***ing f***ing f***ing. I tried to go straight ahead in front of the casino and didn't find you anywhere. Oh, you didn't find me at the casino? Yeah, I was in London in a casino. Oh, you're from London, hey. I'm from London too, from Brixton. Where are you from? Yeah, my life is like a movie. I was here on this island for the first time. I'm from Brixton too. Yeah. In London. Good job. I'm originally from Liverpool. Nice. And I was in York too and the bosses there were very interesting. Oh my gosh, Mr. Marcus, this is incredible. Holy s***. Okay, so I can meet you at the casino. Yeah, we meet us in the casino and we're in here. Right over here. Can you bring me a bottle of water? A bottle of water? A bottle of water, please. Fresh water, sparkling water or still water? And a breakfast. We're baking an eggs and a cup of tea, please. A cup of tea, early grey tea or what do you wish? Early grey, okay. I will do my best. Okay. Ganz kurz, wir sind am Golfplatz. Du kannst ja mal da hinkommen. Hinkommen, nein, adios. Oh, das sieht ja toll aus. Wir haben was richtig Schmuckes für Selina gefunden. Der schnabelige Schnabel und die fulrige Selina. Wow. Warum kann ich kein Mittelfinger zeigen? Möchtest du ihm ein Mittelfinger zeigen? Selina, dein Temperament wieder. Das Schlimmste war, wenn du morgens zur ersten Stunde in der Schule zu spät gekommen bist. Entschuldigung, ich habe den Bus verpasst. Please one more time in English. Bruder. Hello, I'm sorry, I'm too late because my bus was too late. Es war immer das Gleiche, Digga. So schlecht. So schlecht. Immer das Gleiche. Please in English one more time again. In English, please. Okay, okay. Ich bin Engländer geworden auf einmal. Ich darf nur noch Englisch reden. Lass mich doch in Ruhe. Haben Sie das gehört, Herr Oleke? Ja. Ja, Mann. Fancy right there. Das ist gut so. Fancy right there. Selina sagte, ihr Helm sieht aus wie ein Irjen. Ach was. Selina. Einen guten Witz hat sie immer aufbereit. Super. Gut, wann sind wir denn endlich da? Wann sind wir denn endlich da? Wir fahren ja schon seit einer halben Stunde. Also, wir sind gleich im Disneyland, wenn es so weitergeht. Wo sind wir denn? Ja. Can I go to the toilet? Can I go to the toilet, please? Darf ich auf Clou? In English, please. Immer das Gleiche gewesen. Guck mal jetzt. Boah, jetzt dürfen wir nicht. Ich weiß nicht, ob du kannst, aber du darfst. Ein astreiner Wheelie, also. Bitte nicht machen. Die Handlinie ist mir auch zurückgefallen. Habt ihr auf den Bögersteig? Herr Schneebel, sie kleine Rabauke. Immer wieder, ne? Sie trauen sich aber auch was inzwischen, ne? Das ist ja wirklich, ne? Hä, warum ist dein Roller so schnell? Der Wheelie hat mich angestiftet. Haben Sie den getunt, Herr Oleke? Haben Sie den hier aufgetunt heimlich? Ja. Das ist ja wohl. V8. Astrein. So, wohin jetzt? Hoppala. Hier geradeaus. Oh, nein, geradeaus. Wo ist denn das? Wo ist das denn? Wo, wo, wo? Wo ist das? Ihr wollt mir erzählen, da vorne kann man Minigolf spielen. Wo denn? Unter Wasser da vorne, oder was? Hier weiter. Hier kommt der Schütze wieder, sagt sie weiß, was lange geht. Und hier, das hier ist doch hier. Was rastest du denn so aus? Ja, oh. Oh. Yes. Wow. Minigolf, willkommen. Please. Wir sind da. Thank you. Amazing. Incredible. Eigentlich will ich nur einen Golfschläger. Ja, super Idee. Super gemacht. Super. Selina. Wow. Wie machen wir das denn jetzt? So? Wow. Incredible. Zack. Oh, 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 oh. Schade. Hä? Ah, jetzt. Tschüss. Eine Sekunde, ich habe ihn gleich drin. Jetzt. Oh, sauber. Oh, nein, mein. Sie wollen mir keinen Golfschläger geben, Herr Oleg. Wie, warum das denn nicht? Das weiß ich nicht. Und nehmen wir mal hier die Brücke. Und? Wow. Sehr cool. Hätte er gut geklappt. Theo meinte, es ist verpackt, aber klappt er eigentlich? Ich habe, glaube ich, das letzte Mal Golf vor... Herr Schnabel, warum spielen Sie nicht? Vor sieben, acht Jahren gespielt oder so? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu wenig Cash in der Tasche habe. Ach so, wo bist denn jetzt hin? So. Ey, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ich kann, mein Gott. Wie meinst du das? Wann, ich, Django, was machst du denn hier? Hier, guck mal, mein geil, Goldschläger Tag in dein Gesicht. Ich will mich beweisen, nachdem sie mich gekündigt haben. Herr Oleg, super. Herr Oleg, warum bin ich wieder in der Golf? Was sagen Sie? Herr Oleg, wißt du, wer mich angerufen hat? Herr Oleg, wer ist es, wer mich angerufen hat? Ja, und was wollte der so, sag mal? Er mochte sich treffen mit mir und wegen einer Übergabe. Der schuldet mir nämlich was, das will er mir zurückgeben. Ah, dann können wir den doch direkt hochnehmen, oder nicht? Ja, wenn wir uns treffen, können sie da warten in eine Gebäude und dann rausstürmen und den hochnehmen. Schnappe mich, du, so mein Bauch nicht. Hallo, dein Fuß, mach mal dein Fuß da weg. Was stehst du denn da mit dem auf der Bahn? Sag mal, mach doch direkt Breakdance da drauf. Was willst du mich verarschen? Geh mal weg da. Ja, du so. Ja, du so. Udele, Udele. Ich bin so ein Dreijeriger, ich kann meinen Namen nicht aussprechen. Udele. Ich bin so ein Freitag mit dem Breakdance. Ich bin so ein Freitag. Ich bin so ein Freitag. Congratulation. Okay, reicht doch. Wirklich, reicht doch. Ich will doch nicht mehr. Ich überspringe. Hey, wie komme ich hier wieder raus? Ist doch easy. Wie? Halten Sie? Ja? 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 Ja, ich habe meinen Schläger gerade weggepackt. Wir können jetzt nochmal kämpfen. Gar kein Problem. Wir können jetzt die Kindergarten nochmal heute nochmal einperrennen. Okay, gerne. Komm. Komm. Denkst du, ich habe keine? Gut. Ach, ich habe mich schon so gefreut. Und? Wie war es? Minigolf? Das erste Mal war super. Naja, wenn ich einen Schläger bekommen hätte. Sie müssen Geld brauchen, wenn sie vielleicht Geld. Ja, warte. Habe ich später mal Kies gesagt? Also, Selina sagte, das geht so. Ich weiß nicht, wo da der Wohm drin war. Vielleicht sind auch alle Plätze schon überlegt. Ich weiß es nicht. Müssen Sie noch mal probieren. Wo ist denn hier, Merke? Ich glaube noch auf dem Golfplatz. Ja, hier steht er. Ach nee, hier steht er doch. Ist aber ganz cool, Mann. So nebenbei kann man das bestimmt mal machen. Ist funny. Das ist ein bisschen bugger's noch, aber das kriegen die auch noch gefixt mit den Golfschlägern. Es gibt doch voll viele Bahnort. Aber man kann nicht so hart zuschlagen. Ich wünsche, man könnte viel härter zuschlagen. Dann kann man auch so... Oh, das waren wilde Zeiten. Ey, Minigolf ist doch voll entspannt. Mann, ich sag euch ehrlich, ich finde das voll underrated. Minigolf ist wirklich voll entspannt. Guck mal hier. Schau mal so rüber. Hier, das würde zum Beispiel gar nicht gehen. Weil er viel zu schwach schlägt. Wenn man so ein bisschen stärker schlagen könnte, dann könnte er auch hier rüber. Auch voll cool, dass das Ding hier komplett gemappt ist, Alter. Servus, Uliki Hirn Apparat. Schönen guten Abend, hier ist deine Korbin. Hier, Mitarbeiter. Ja. Genau. Ich mache hier auch jetzt die Events, ne? Mit Flyer und sowas. Genau. Genau. Hätten Sie gleich vielleicht fünf oder zehn Minuten Zeit, dass wir mit den Models, also... Es waren alle Django's Ideen, Herr Aleke. Alle Django's Ideen. ...für Samstag. Wollen Sie da drauf sein? Ja. Müssen wir das zwingend heute machen, ist die Frage? Es wäre gut, weil Samstag ist ja schon die Party. Ja, aber wir haben ja auch gerade mal Mittwoch, ne? Ja. Sind Sie morgen da? Ich bin natürlich morgen da. Ich bin immer da um 18 Uhr. Hundertprozentig? Ja, könnte natürlich dazwischen kommen, aber sonst bin ich immer da. Okay. Aber worum geht es denn? Vielleicht kann ich dich gleich noch... Ruf mich einfach gleich noch mal ein, weil ich habe hier gerade was Wichtiges. Da gab es ein paar Leute, die wollten mich einpacken. Ich brauche ja ein Foto, ein Cover. Sie und zwei Frauen, rechts und links zum Beispiel. Haben Sie denn zwei Models schon? Ja, habe ich. Und Sie warten jetzt gerade, nur dass ich komme, oder was? Nein, ich habe sie noch nicht... Nein, ich habe sie erst hier angekaufen. Okay, gut. Dann rufen Sie die vielleicht später ein, wenn Sie noch da sind. Ansonsten machen wir das morgen, okay? Okay, gut, so. Ich danke Ihnen. Ich danke mich vielmals. Tschüss. Du, was ist los jetzt hier? Hallo. Lass, wir steigen mal aus meinem Auto. Das ist doch mein Auto. Wie ist das denn dein Auto? Das ist mein... Hä? Oh, mein Gott. Okay. Du hast deine Auto, hier hast du deine Auto, du Victor. Hier, hier, da. Ja, schau hier, als du Auto jetzt, da, bitte. Als du Glück gehabt. Warum? Ach, du... Das war echt peinlich gerade. Ja, das war wirklich unangenehm. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Ja, meine Ahnung. Also, die Django hatte die brillante Idee, dass wir die Herren entführen und ihnen bringen. Wie wollte sie entführen? Er wollte die Herren entführen, um ihnen ihre Entführer zu bringen, damit sie Rache nehmen können. Vendetta. Bau wie Vendetta. Ja, gut, dann macht das. Ich gucke mir das von weitem an. Wir können ja immer in Kontakt bleiben. Ich fahre hinterher, aber ich will mich ja nicht blicken lassen. Oder ich hole mir eine Maske. Ja, ich weiß, ich will die einpacken sollen. Ich habe auch nur noch eine. Ich habe keine Leute mehr. Wie? Ich bin alleine. Wie? Wie, du bist alleine? Ja, ich bin alleine. Wie, du bist ja nicht 30 Menschen, die du noch vor fünf Tagen hattest. Und die Hälfte davon ist in Kroatien Urlaub machen. Die andere Hälfte ist auf Malediven Urlaub machen. Und die andere Hälfte hat keinen Bock mehr. Die Hunde sind Urlaub machen, die Hunde. Alle Urlaub machen, ja. Scheiße. Ja, so ist die Geschäft, was soll ich ihnen sagen. Hm. Aber ich sage ihnen ehrlich, sie müssen Vendetta nehmen. Sie müssen Rache nehmen. Das geht nicht. Sie sind die große Casino-Besitzer. Sie sind die große Erfolge. Ja, deswegen ja, aber das ist ja nicht so einfach. Immer. Urache, Urache, Urache. Ist ja nicht so einfach, ne? Ja, deswegen ich würde das sowieso nicht heute machen. Ich würde das trotzdem ein bisschen planen, ein paar Leute mit ihnen zu ziehen. Hm. Weil wir haben diese Chance nur einmal. Wenn ich den versuche zu entführen und es klappt nicht, dann sind wir am Arsch. Dann müssen wir das wohl machen. Dann werde ich gleich die Leute vom Casino anrufen. Vielleicht können wir da noch zwei, drei Leute hunden. Ja, wie sie wollen. Wir können das am Morgen machen. Mir ist das egal. Habt ihr einen Reparaturkasten? Wir können das am Morgen machen. Also, nee, machen wir noch heute. Das ist die Aktion für heute, ja? Hä? Ich dachte, du nimmst die heute frei. Geht nicht, weil da ist jemand dazwischen gekommen, der mir ans Bein pissen wollte. Und dann kacke ich zurück, Selina. Alles klar? Habt ihr einen Reparationskett? Bin ich Mechaniker? Nee, ich glaube nicht. Arbeit ich bei Alice Gustin? Ja. Ich glaube nicht. Okay. Alice Gustin, are you? Ja? Schreibt mit mir kommen, dass es angeblich wegen den Leuten ist, die wir jetzt heute einpacken werden. Dürfte ich später des Abends morgen erfahren, was ich gesagt habe? Und Marquez sollen es die gewesen sein, warum ich mein Superlone habe. Was soll ich nicht machen? Genau, das war der Grund, weil du Scheiße gebaut hast und deswegen wollte ich mich... Ja, können wir morgen darüber reden? Natürlich, können wir das machen. Danke schön. Wir kriegen das hin. Herr Schnabel! Es gibt da ein kleines Problem, Herr Aleka, hat Selina schon erklärt. Was denn? Naja, die Schwalbe raucht, die fährt nicht mehr. Warum nicht? Wir sind da vorne gegen die Bank gefahren und von der Schwalbe gestürzt. Zum Glück hatten wir uns einen Helm auf. Warum nicht? Wer ist denn das da? Wir müssen dich mal kurz... Ja, ich sage Ihnen ehrlich, Herr Schnabel, ich kann das nicht nachvollziehen. Warum Sie es nicht geschissen bekommen, eine Schwalbe einständig zu fahren, da bin ich ja echt enttäuscht. Wir waren so in Fahrt gewesen und ich weiß auch nicht, es ging alles so schnell. Haben Sie zufällig einen Reparaturkasten bei? Nein, leider nicht. Ich glaube, wir müssen kurz gedulden. Haben Sie den ASLS gerufen? Ich hätte mir auch gerne mehr Zeit genommen, aber gestern wollte mich der Menschen entführen und wir haben heute die Möglichkeit, die zu schnappeln. Verstehen Sie, Herr Schnabel? Ja. Deswegen musste ich da leider meine Zeit zwischen einplanen. Gar kein Problem. Brauchen Sie noch Leute, die mitschießen? Also ich selbst schieße ja nicht, aber... Also, Herr Schnabel, wenn ich jemanden brauche, der so schöne, drückige Arbeit macht, dann werde ich bestimmt nicht zu Ihnen kommen, ja? Na, aber Herr Schnabel kennt Leute, die das gut machen. Ich auch, ich auch. Na, dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt, Herr Ullig. Nicht, dass Sie sich eine Gefahr begeben. Nein, nein, alles gut. Ich lasse nur arbeiten. Das ist dein, mein Motto. Super. Super. Ich komme gleich wieder. Ich gucke mal, was die da machen. Na klar. Ich weiß nicht, dass Sie ein Giov orte packs剛 immer wieder kommen, denn ich weiß nicht, dass Sie im Hilfgerall können. Bis zum nächsten Mal.